Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Tim Sänger und ich begrüße dich zu einer neuen Folge des Investor Stories Podcast. Erfahre von anderen Investoren, wie sie gestartet sind und welche Erfahrungen sie auf ihrem bisherigen Weg gemacht haben. Lass dich von ihren Geschichten, Strategien und Vorgehen inspirieren und schreibe deine eigene Investor Story. Hallo und herzlich willkommen zum Investor Stories Podcast und ich freue mich ja immer, wenn wir Gäste nicht nur einmal begrüßen können, sondern wie jetzt auch schon zum zweiten Mal. Herzlich willkommen zurück im Podcast, Felix Früchtl von ProLife. Tim, danke für die Einladung. Schön, dass ich wieder da sein darf. Ja, freut mich sehr, denn wir kümmern uns mal wieder darum, die Finanzen der Deutschen etwas aufzupolieren und schlechte Entscheidungen, die man vielleicht mal in der Vergangenheit mit Leichtsinn getroffen hat, im Zweifel wieder auszukehren. Denn wir wollen uns heute so ein bisschen um das Thema widmen, wie man mit Altverträgen rumgeht, sei es Bausparer, Rentenversicherungen, Lebensversicherungen, da seid ihr eher besonders auch aktiv in dem Feld. Deswegen bist du der ideale Ansprechpartner und wir haben ja sogar auch schon mal ein Interview gemacht. Wer das aber vielleicht noch nicht gehört haben sollte, magst du vielleicht noch mal ein bisschen zu deiner Passion und von ProLife was erzählen? Ja, gerne. Also ich selber bin jetzt mittlerweile 30 Jahre alt, ursprünglich komme ich aus Ingolstadt, wohne da immer noch, habe zwischendrin studiert, war in Regensburg und in Saarbrücken und München unterwegs, habe da gearbeitet und bin dann 2018 ins familieneigene Unternehmen, in die ProLife, im Jahr eingetreten, habe dann so von 2018 bis 2020 alles einmal gesehen, jedes Blatt einmal umgedreht, also wirklich jeden Prozess kennengelernt. Das finde ich auch immer ganz wichtig bei solchen Übergaben, wenn das in die nächste Generation geht. Und ja, 2020, Ende des Jahres 2020 war es dann soweit, dann habe ich die Geschäftsführerschaft übernehmen dürfen, also klassischer Familienbetrieb in zweiter Generation. Wir sind 20 Mitarbeiter insgesamt, die wir haben, sind vornehmlich im deutschsprachigen Raum, so Deutschland, Schweiz, Südtirol auch mittlerweile, Österreich tätig und sind im europäischen Raum Marktführer hinsichtlich des Ankaufs von privaten Lebens- und Rentenversicherungen. Und das ist dann immer der Zeitpunkt, in dem die Leute ein ganz großes Fragezeichen in den Augen bekommen, weil sie sagen, hä, wie kann man denn solche Produkte ankaufen? Bis dato kannten viele Leute nur, dass man solche Verträge verkauft bekommt von Banken oder Versicherungen, aber die wenigsten haben bis dato davon gehört, dass man sowas auch wieder verkaufen kann. Und das ist eben unser Metier. Sehr gut. Und wie ihr das genau macht, da steigen wir später auch nochmal ein, jetzt vielleicht aber erstmal so zu der oberen Kategorie. Es gibt ja durchaus einige Produkte, die so Banken und Versicherungen, wie du es eben angesprochen hast, halt verkaufen und ganz beliebt sind da insbesondere die klassischen Bausparer, Rentenversicherungen, Riester und Rürup und Lebensversicherungen. Und ja, vielleicht können wir die einfach mal so ein bisschen durchgehen. Jetzt angefangen beim Bausparer, worauf man vielleicht dabei achten sollte, wenn man sowas abgeschlossen hat, ob das jetzt ein Vertrag ist, vielleicht auch generell, den man mal kritisch beäugen sollte und ob man da nicht was machen kann. Ja, grundsätzlich ist es mal so, um jetzt zum Beispiel bei dem Bausparvertrag zu bleiben, der wurde ja in der Regel dahingehend mal verkauft. Und das haben alle Produkte gleich, dass diese Produkte immer verkauft worden sind und nie aktiv gekauft wurden, sondern immer von jemandem verkauft worden sind. Unter der Prämisse, dass wenn man in Zukunft mal irgendwie seine eigenen vier Wände bauen möchte, wenn man mal in die eigene Wohnung ziehen möchte, wenn man mal etwas renovieren möchte, wenn man vielleicht schon ein Eigenheim hat, dann ist so ein Bausparvertrag einmal gut, weil du dir eine gewisse Verzinsung in der Ansparphase für die Zukunft schon sicherst und eine gewisse Verzinsung, wenn du einen Kredit aufnehmen möchtest in Zukunft bei der Bank, um eben dein Vorhaben dann finanzieren zu können. Du hast es also so im Vorfeld quasi schon so eine Art Forward Contract gemacht mit der Bank. Was bekomme ich auf die Zukunft, auf mein Geld, das ich da veranlage und zu welchen Konditionen kann ich einen gewissen Betrag an Kapital in Zukunft mal irgendwann abrufen bei der Bank. Grundsätzlich kein schlechtes Unterfangen, aber das Problem ist halt, und das hat sich in der Vergangenheit schon häufig gezeigt, Verzinsung ist häufig deutlich geringer als am Kapitalmarkt und die Zinslast, die ich für mein Darlehen dann bekomme, die Konditionen sind jetzt auch nicht so, ja, so besonders lukrativ. Also es kommt natürlich auch immer auf die jeweilige Zinsstruktur an, aber in der Regel lässt es sich sagen, man erkauft sich diesen Forward Contract, diese Möglichkeit in Zukunft bei der Bank ein gewisses Kontingent abrufen zu können, schon relativ teuer. Ja, das ist natürlich sinnvoll, wenn man tatsächlich diesen Forward irgendwie nutzen möchte. Wenn man das aber nicht nutzen möchte, also ich kenne das auch, viele nutzen das einfach als Sparprodukt, also gar nicht mal mit der Absicht, das irgendwann für einen Immobilienkredit nutzen zu wollen. Es besteht ja zum Beispiel auch die Möglichkeit, so einen Bausparer für vermögenswirksame Leistungen zu nutzen. Deswegen, gerade wenn man was Sicheres will, greifen dann viele Leute halt auch einfach zu solchen Produkten und dann stellt sich fest, insbesondere wenn jetzt sich die Zinsen auch noch bewegt haben, noch sind sie ja, also die EZB ist zwar dabei so ein bisschen jetzt schon zu senken, aber im Vergleich zu den letzten Jahren, die wir noch gesehen haben, sind es doch jetzt schon noch vergleichsweise hohe Zinsen, die wir aktuell haben und eventuell ist dann so ein alter Bausparer auch nicht mehr so attraktiv verzinst. Ist das jetzt so ein Case, wo ich sagen würde, ich bin unzufrieden mit diesem Produkt? Wie werde ich das am sinnvollsten los? Was habe ich dann für Möglichkeiten, wenn ich das loswerden will? Naja, Bausparvertrag ist es eigentlich relativ einfach. Ich kann jederzeit diesen Bausparvertrag auflösen bei der jeweiligen Bausparkasse. Da gibt es dann häufig eine Vorfälligkeitsentschädigung, die ich leisten muss gegenüber der Bausparkasse, weil ich halt eben nicht bis zum Schluss diesen Sparvorgang durchgezogen habe und den muss ich halt dann leisten oder der wird mir abgezogen von meinem Guthaben und dann komme ich aber relativ schnell bei einem Bausparvertrag innerhalb von wenigen Wochen, sage ich jetzt mal, wenigen Wochen bedeutet irgendwie zwischen vier und acht Wochen eigentlich an mein Kapital. Also die Hürde, dort an mein Geld zu kommen, ist relativ gering und die Chance, dass die Bausparkasse sich da in irgendeiner Form bei der Auflösung dieses Vertrages exorbitant bereichert, ist meiner Meinung nach auch nicht in der Form gegeben. Also bei einem Bausparvertrag, das ist auch kaum unser mit jedem tatsächlich, da kann jeder, wenn er das für richtig hält, wird seinen Vertrag eigentlich bei der Bausparkasse relativ einfach und ohne Probleme auflösen. Alles klar. Da muss man dann natürlich das Lehrgeld zahlen in Form der Vorfälligkeitsentschädigung und leider zahlt man ja auch generell ganz viele Gebühren, auch beim Abschluss in der Regel eine Bearbeitungsgebühr oder, sage ich mal, irgendwelche Managementgebühren, die man dann, sage ich mal, für den Abschluss zahlt. Ist nicht das günstigste Produkt, muss man sagen. Nee, das nicht. Es gab auch letztes Jahr einen kleinen Eklat diesbezüglich. Ende letzten Jahres, da ging es um die Kontoführungsgebühren, die ja bei vielen Bausparkassen dann als rechtswidrig deklariert worden sind im Nachgang und die dann auch die Kunden wieder sich zurückholen konnten. Also an der Stelle vielleicht auch den Tipp, wenn man noch so einen Bausparvertrag irgendwo rumliegen hat, man darf sich die Kontoführungsgebühren, die es in der Vergangenheit häufig gab, kann man sich wieder zurückholen in der Ansparphase. Die waren nämlich zu Unrecht veranlagt worden in der Vergangenheit. Das sind keine Riesenbeträge, aber so zwischen 20 und 200 Euro habe ich da schon Beträge gesehen und die kann man sich relativ einfach zurückholen, indem man bei der Bausparkasse anklopft und sagt, hey, ich hätte gerne die Kontoführungsgebühren während der Ansparphase zurück. Ein wichtiger Tipp auf jeden Fall mitnehmen. Man sollte die Geld liegen lassen. Genau, richtig. Kommen wir zum nächsten Produkt. Das sind Rentenversicherungen. Auch sehr, sehr beliebt. Insbesondere, weil das tatsächlich eins der wenigen Produkte, wenn nicht das einzige für Privatanleger zugängliche Produkt ist, mit dem man halt auch das Langlebigkeitsrisiko absichern kann. Allerdings ist es dementsprechend auch ein sehr langfristig angelegter Vertrag. Und ja, wenn man da erstmal drin ist, sollte man sich das zum einen vor dem Abschluss am besten gut überlegen. Aber falls man sich damals noch nicht so gut mit Finanzen aushängen sollte, hat man sich vielleicht aber auch ein nicht so ideales Produkt beschwatzen lassen. Was würde man dann machen? Ja, also diese Rentenversicherungen, die sind natürlich immer noch so das deutschen liebstes Kind. Private Lebens- oder Rentenversicherungen. Ich nenne das jetzt mal in einem Atemzug, weil sie in einem Atemzug, weil sie ja relativ ähnlich sind von der Ausgestaltung. Das Verkaufsargument vom Vertrieb in dem Zusammenhang ist natürlich, wie du das richtig gesagt hast, das Thema des Langlebigkeitsrisikos, das ich fast nur mit einem solchen Produkt abdecken kann, weil ich eben, bis ich irgendwann von meinem Ableben Gebrauch mache, eine gewisse Rentenzahlung pro Monat erhalte, wenn ich mich nicht für die Kapitalisierung von vorneweg dafür entscheiden sollte. Und ja, das Thema ist, dass eben diese Rentenversicherungen immer häufiger von Verbraucherschützern und auch von BAfö mittlerweile kritisch betrachtet werden, weil einfach hier die Kostenquoten zu hoch sind. In der Vergangenheit sind eben die Verzinsungen für diese, gerade bei den klassischen Verträgen, Renten- oder Lebensversicherungsverträgen, von abermals Ende der 90er Jahre 4% Garantieverzinsung auf mittlerweile 0,25% Garantieverzinsung. Garantieverzinsung, man spricht hier von Garantieverzinsung vor Abzug von Kosten, also kann man sich da selbst ausrechnen, was dann unterm Strich übrig bleibt, sind die eben gesunken. Nächstes Jahr steigen die wieder auf 0,9%, aber sind wir mal ehrlich, im Vergleich zum Kapitalmarkt ist es immer noch relativ überschaubar. Und die Kosten, die eben da in diesen Produkten anfallen, führen ganz häufig dazu, dass Leute über Jahre und Jahrzehnte hinweg, das hast du ja richtig gesagt, Tim, sich da in diese Versicherungsverträge und diese Behandlungen Bankverträge, Sparverträge einzahlen und dann in der Auszahlungsphase, wenn sie sich das Ganze einmal verkapitalisieren lassen, häufig vielleicht break-even sind. Also genau das gleiche zurückbekommen, was sie über 30, 40 Jahre eingezahlt haben. Das Problem ist nur, dass natürlich die Inflation über die letzten 30, 40 Jahre auch gewirkt hat und die Kaufkraft deutlich hat schmelzen lassen. Und das ist dann natürlich nicht wirklich so ein richtig gutes Geschäft. Das Problem an der Stelle ist, dass viele Leute eben denken, sie können nur damit die private Altersvorsorge aufbauen. Und das wird ja häufig auch so propagiert von den Banken und von den Versicherungen. Und die Leute lassen sich halt in diese Verträge reintreiben. Haben die dann? Ziehen die dann ganz häufig durch? Oder halt nicht? Das ist auch ein großes Problem. So diese Beitragsfreistellung, mal drei, vier Jahre einsparen und dann Beitragsfreistellen und dann nur noch die Kosten haben. Ja, also unterm Strich ist es so, sehr kostenbelastetes Produkt. Selbst das Thema des Langlebigkeitsrisikos ist auch relativ schwierig, weil der Rentenfaktor in diesen Verträgen häufig miserabel ist. Das heißt, ich muss häufig 20, 30 Jahre lang Rente beziehen, nur um mein eingezahltes Kapital wieder zurückzuerhalten. Wir sprechen noch nicht von Inflationsausgleich. Wir sprechen noch nicht von dem Thema der Verzinsung, sondern nur von dem eingezahlten Kapital. Und bei vielen Versicherungsverträgen muss ich deutlich über 100 Jahre alt werden, damit es sich lohnt. Das ist ein stattliches Alter, wenn man das erreicht. Insbesondere, wenn man sich mal die Statistiken anguckt, schafft das nicht jeder. Nee, also ich würde es jedem wünschen, um Gottes Willen. Also darum geht es nicht. Aber die Versicherungsgesellschaften, und das verstehe ich auch, das ist gar keine Frage, aber die müssen sich natürlich auch absichern. Die können jetzt natürlich nicht sagen, ja gut, jeder, der irgendwie 85 Jahre alt wird, weil es wird der Großteil der Bevölkerung halt einfach, der sieht sein eingezahltes Kapital wieder. Es ist im Endeffekt, und das muss man sich halt einfach vergegenwärtigen, es ist eine Wette, es ist ein Spiel, die Versicherungsgesellschaft gegen mein Lebensalter im Endeffekt. Und einer von beiden wird gewinnen. Und das Spiel ist halt unfair, wenn der eine mir als Parameter unterstellt, dass ich über 100 Jahre alt werde. Weil selbst wenn ich es jedem wünschen würde, das ist halt noch nicht der Fall. Man kann das ja auch immer ganz gut anschauen. Man bekommt ja auch regelmäßige Abrechnungen, wie sich das Ganze entwickelt hat, und was denn die aktuell auszahlungswürdige, angesparte Summe da so zum aktuellen Stand ist, oder wie, wenn man das quasi bis zum Ende durchzieht. Jetzt hast du eben schon eine Möglichkeit besprochen, was man machen kann. Es gibt die sogenannte Beitragsfreistellung. Das bedeutet im Endeffekt, dass man halt einfach den Vertrag behält, aber einfach nicht mehr einzahlt, richtig? Genau, richtig. Also ich stoppe einfach die Beitragseinzahlung und behalte den Vertrag quasi aber weiterhin im Bestand, nur zahle eben kein weiteres Kapital mehr rein. Das Kapital, das ich über die Laufzeit bis dahin angespart habe, das bleibt in dem Vertrag drin. Das wird weiterhin verzinst. Die Kosten werden weiterhin abgezogen. Und dann wird halt daraus ein gewisses Kapital gebildet. Was, wenn man jetzt, sage ich mal, das mit den Kosten so ein bisschen doof findet, hätte man denn für alternative Möglichkeiten? Kann man den Vertrag einfach kündigen, oder ist das keine Option? Es ist eine Option. Ich kann das definitiv machen. Bei privaten Lebens- oder Rentenversicherungen steht mir die Kündigung grundsätzlich offen, wenn die nicht in irgendeiner Form für eine Finanzierung abgetreten worden sind, wenn die nicht vorrangig in irgendeiner Form abgetreten wurden oder Sonstiges. Was in der Regel nicht der Fall ist. Dann kann ich solche Verträge kündigen. Da gibt es gewisse Kündigungsfristen. Grundsätzlich ist es mal einen Monat auf den nächsten Monatsersten. Also man wartet so zwischen sechs bis zehn Wochen ungefähr auf sein Kapital. Ich weiß nicht, wir haben bestimmt auch österreichische Hörer dabei. Die warten zum Beispiel immer deutlich länger, weil die haben eine Kündigungsfrist von drei Monaten immer bei ihren Verträgen. Aber dann kommen die an ihr Kapital. Häufig ist das dann der Rückkaufswert. Manchmal ist es auch deutlich weniger als der Rückkaufswert, weil viele Verträge auf die Todesfallleistung beschränkt sind bei der Kündigung. Und die Möglichkeit, so einen Vertrag sich auszahlen zu lassen und den dann von der Versicherungsgesellschaft avisierten Betrag einzunehmen auf seinem Konto, die besteht grundsätzlich ja. Dieser Rückkaufwert, wie berechnet sich der? Ist das einfach so ein stumpfer Wert, den die Versicherung rausgibt? Oder ist der auch nachvollziehbar, wie man dazu kommt? Oder ist einfach der eingezahlte Beitrag, den ich da so über die Jahre angespart habe? Es ist nicht der eingezahlte Beitrag. Es ist häufig gerade in den ersten, ich sage mal, so eine Versicherungspolize läuft ja über 20, 30, 40 Jahre und in den ersten mindestens 10, 15 Jahren ist es deutlich unter dem Wert, den ich eingezahlt habe. Einfach aufgrund der Kostenbelastung, die ja am Anfang von solchen Versicherungsverträgen noch mal deutlich höher ist, wie während der Laufzeit oder gegen Ende des Vertrags, der Vertragslebenszeit. Und ja, grundsätzlich lässt sich so ein Wert als Laie nicht nachvollziehen. Also da steht ein Rückkaufswert und den musst du erstmal für bare Münze nehmen, weil es gibt keine Berechnungsgrundlage, die dir mitgeschickt wird, die dir aufzeigt, wie hat sich das Kapital entwickelt, was hast du eingezahlt, wie hat sich das verzinst, wie hat sich dein Kapitalstock verzinst, was waren die Kosten gewesen, wie haben sich die Kosten zusammengesetzt, Alpha, Beta, Gamma Kosten oder so. Also das sind Informationen, die du als Kunde für deinen Vertrag nicht bekommst. Das heißt, den Rückkaufswert kannst du nur ganz rudimentär nachvollziehen tatsächlich. Alles klar. Ja, es ist ja auch nicht eine ideale Variante, wenn ich da einen großen Teil meines Geldes sozusagen auf dem Weg lasse. Gibt es da eine Möglichkeit, mehr rauszuholen? Ja, klar, da bin ich jetzt natürlich der Prediger im eigenen Land, aber ja, die Möglichkeiten gibt es. Ich muss an der Stelle davor sagen, das ist nicht für alle Verträge möglich. Also das, mit dem ich jetzt komme, was wir machen, das muss individuell geprüft werden für jeden einzelnen Vertrag, den es da draußen gibt. Und ich will ganz klar an der Stelle betonen, das ist kein Allheilsmittel, den ich jetzt jedem Versicherungsnehmer empfehlen kann oder so. Man muss sich das immer individuell anschauen. Aber ja, es gibt bei vielen Verträgen Möglichkeiten, hier entsprechend eine Eigenkündigung eben nicht durchzuführen, sondern den Vertrag an uns zu verkaufen, was dann im ersten Moment ja komisch klingt, weil man sich sagt, na ja, der Felix Früchtl, der redet ja jetzt grundsätzlich nicht wirklich positiv über diese Verträge, aber seine Firma kauft die, dann können die doch gar nicht so schlecht sein. Naja, wir sind im Endeffekt, ich sage es jetzt mal ganz salopp so, das Abwrackhaus für schlecht laufende Altersvorsorgeverträge in Europa. Das ist wie der Schrottplatz für Lebensversicherungen. Wir kriegen die Verträge, die nicht gut laufen, die die Kunden aus welchem Grund auch immer loshaben möchten und wir verwerten die maximal, wie eben so ein Schrottplatz, der auch noch das Maximale aus diesen Autos rausholt, die nicht mehr fahrbar sind, die die Leute nicht mehr haben wollen, aber die holen halt noch die Türen raus, die Klimaanlage oder sonst irgendwas und so ist es bei uns aus. Auch die Leute wollen ihre Verträge loswerden und wir sind diejenigen, die schauen, dass der Kunde das Maximale aus diesen Verträgen rausbekommt, dass er sein Geld schnell bekommt und das ist ein Thema, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, dass man auch prüft, welchen Anspruch hat denn der Versicherungsnehmer wirklich gegenüber der Versicherungsgesellschaft? Ist es jetzt der Rückkaufswert, den ich ja als normaler Laie und Versicherungsnehmer im Zweifel gar nicht nachvollziehen kann? Oder habe ich vielleicht sogar einen viel höheren Anspruch gegenüber der Versicherungsgesellschaft, den ich ja aber in dem Moment gar nicht kenne, den ich erst über ein zum Beispiel versicherungsmathematisches Gutachten in irgendeiner Form analysieren könnte, um das der Versicherungsgesellschaft gegenüber offerieren zu können und zu sagen, hey, pass mal auf, mein Rückkaufswert ist gar nicht X, sondern der ist Y, der ist eigentlich viel höher und ich habe Anspruch auf einen anderen Wert und das ist halt auch unsere Aufgabe, das zu prüfen und im Zweifel auch wirklich das rauszuholen, was dem Versicherungsnehmer aus seinem Vertrag zusteht. Okay, und das macht dann zum Beispiel auch ihr, um den wahren Wert dieses Vertrages rauszufinden, oder? Genau, richtig. Also unsere Arbeit ist seit 17 Jahren die gleiche und in zwei Phasen unterteilt. Wir kaufen im ersten Moment an, der Kunde kriegt schnell innerhalb von 18 Kalendertagen sein Geld, das ist bedeutend schneller als über die Versicherungsgesellschaft. Damit kann er dann machen, was er will. Also das ist mir auch ganz wichtig an der Stelle zu betonen, wir machen keine Anlageberatung oder sonst irgendwas. Also wir sind wirklich nur dazu da, diese Policen ordnungsgemäß aufzulösen und abzuwickeln. Und wenn der Kunde dann sein Geld bekommen hat, dann geht das eben in die rechtliche Nachbearbeitung und da wird nochmal auf Herz und Nieren geprüft, welche Ansprüche hat denn der Versicherungsnehmer, der ehemalige, gegenüber der Versicherungsgesellschaft aus Bewertungsreserven, Überschussbeteiligungen, Stornoabschlägen, Kickbacks bei Vorpolisen, falschen Widerrufsbelehrungen, all das sind Themen, die eben in der rechtlichen Nachbearbeitung geprüft werden müssen und die dazu führen, dass man bei vielen Verträgen, nicht allen, das ist ganz klar, aber bei vielen Verträgen nochmal einen zusätzlichen Ertrag aus diesen Policen rausholen kann. Und nur um das Geschäftsmodell zum Ende nachvollziehen zu können, ihr geht dann quasi zur Versicherung und macht mit denen dann den Deal, dass ihr dann quasi ein bisschen mehr rausholt sozusagen, dass ihr dann dazwischen die Marge bürtscht beziehungsweise die Benefits, die ihr da rausholt, natürlich mit dem Kunden geteilt habt, indem ihr eben am Anfang schon einen höheren Ankaufswert geboten habt, als es vielleicht die Versicherung getan hätte. Stimmt, also es sind verschiedenste Kombinationen, deswegen habe ich vorhin auch am Anfang erwähnt, es geht darum, wirklich zu schauen, was ist das für ein individueller Vertrag. Ich muss auch, es ist auch ganz klar, wir arbeiten nicht für Luft und Liebe. Also das muss man sich auch mal aus dem Kopf schlagen, das ist ja so eine falsche Denkweise, die wir in Deutschland haben, dass Finanzdienstleistung nichts kostet, nur weil man bei der Bank und bei der Versicherung bis dato noch nie eine Rechnung bekommen hat, kostet auch das Geld, nur das wird halt hintenrum dann über Gebühren gezogen. Wir machen das ganz klar, es gibt eine Servicegebühr für unsere Arbeit, dafür weiß man, was man an Kaufpreis bekommt, dafür weiß man, welche steuerlichen Vorteile man zum Beispiel auch hat, was ganz häufig ein ganz interessanter Punkt ist und man weiß, dass man die gesamte rechtliche Nachbearbeitung im Hintergrund von uns abgebildet bekommt und wie du richtig gesagt hast, Tim, diese Mehrerlöse aus diesen Verträgen, wo wir dann natürlich auch unsere Marge daraus ziehen, dass wenn wir mehr aus diesen Verträgen rausholen können, dass wir da 50-50 machen immer mit dem Kunden, ohne dass er irgendein Gerichts- oder Prozesskostenrisiko oder sonst irgendwas hat. Alles klar. Dann würde mich natürlich interessieren, jetzt hast du die Steuervorteile schon angesprochen, was wären das denn für Steuervorteile? Also der eine Steuervorteil ist nicht mehr ganz so interessant, das war früher viel interessanter, da geht es darum, also Steuervorteile, ob ich das Steuervorteile nennen darf, sei mal dahingestellt, aber es ist eine steuerliche Relevanz, sagen wir das mal so und es ist für den Kunden vorteilhaft, so ist es juristisch wahrscheinlich korrekt ausgedrückt und zwar bei steuerpflichtigen Policen, die einen Gewinn erwirtschaftet haben, die also nach 2005 abgeschlossen wurden, ist ja der Ertragsanteil Kapitalertragsteuerpflichtig, ganz normal 25% Abgeltungssteuer und wenn jetzt jemand sich entschließt, den Vertrag aufzulösen, aus welchem Grund auch immer, dann wird die Kapitalertragsteuer natürlich im vollen Umfang von der Versicherungsgesellschaft einbehalten und der Kunde erhält den Nettobetrag dann ausgezahlt. Bei einem Verkauf von uns ist es diesbezüglich interessant, weil wir 30% dieser 25% Kapitalertragsteuer zusätzlich an den Kunden mit auszahlen können und auch seit 17 Jahren das Ganze praktizieren. Jetzt kommt die nächste Frage dann meistens immer, ja, warum macht ihr das? Ihr seid ja keine Samariter. Nee, das sind wir nicht, aber es hat einfach mit dem deutschen Steuerrecht zu tun. Wir kriegen die Kapitalertragsteuer am Ende des Jahres auch wieder zur Verfügung gestellt im Rahmen einer Jahressteuererklärung, wie bei Banken auch, kriegen die Kapitalertragsteuer wieder, weil wir als GmbH natürlich nicht Kapitalertragsteuerpflichtig sind und den Vorteil, den wir haben im Rahmen der Steuererklärung am Ende des Jahres, den geben wir dann dem Kunden weiter, dass er eben an diesen Steuern, die wir erstattet bekommen, auch nochmal in dem Fall jetzt zu 30% beteiligt wird. Das ist aber deswegen nicht mehr ganz so interessant wie früher, weil es immer weniger Policen gibt, die wirklich Kapitalertragsteuer belastet sind, weil immer weniger Policen einen wirklichen Ertrag erwirtschaften. Viel häufiger haben wir die zweite Situation und die ist auch bedeutend interessanter, dass Kunden mehr in solche Verträge eingezahlt haben, wie sie im Nachgang oder bei Auflösung oder Kündigung von der Versicherungsgesellschaft ausgezahlt bekommen, einfach weil die Kosten in diesen Verträgen so hoch waren. Und dann hat der Kunde eben die Problematik, wenn er hier selbst die Kündigung avisieren möchte und durchführen möchte, dass er mit dem Verlust, den er erlitten hat in diesem Vertrag, steuerlich nichts anfangen kann. Wenn er aber an uns diesen Vertrag verkauft, dann hat er die Möglichkeit, den Differenzbetrag zwischen eingezahlten Beiträgen und Kaufpreis als negative Kapitalerträge in seiner nächsten Steuererklärung anzusetzen und zumindest die Möglichkeit, mit einem blauen Auge aus dem Vertrag zu kommen, weil er die Verluste entsprechend mit positiven Kapitalerträgen in den nächsten zehn Jahren eben verrechnen kann. Und das ist eben ein gewichtiger Mehrwert und für viele Leute, die sehr tief im Minus sind mit ihren Verträgen, fast schon ein Totschlagargument zu sagen, sie geben uns den Vertrag. Jetzt würde ja der eine oder andere vielleicht auch sagen, okay, wenn ich jetzt sowieso einen Verlust mit dem Vertrag mache und nicht mal das wiederkriege, was ich da eingezahlt habe, dann will ich den doch lieber gar nicht wegmachen. Aber das muss natürlich jeder für sich persönlich selber entscheiden. Das ist ja keine Anlageberatung hier. Menschen tendieren, kann ich nur sagen, immer zu dieser Sun-Cost-Falance, also dass man Verluste, die bereits eingetreten sind, die darf man halt nicht ignorieren. Man muss halt oder beziehungsweise man sollte die ignorieren in dem Sinne, dass sie halt schon geschehen sind. Man kann das jetzt eh nicht mehr ändern. Und dann ist eher die Frage, von dem Punkt an heute, mit welcher Variante würde ich am Ende mehr Geld haben? Wenn ich das Geld jetzt rausnehme und stattdessen zum Beispiel in Aktien investiere, in einen breit gestreuten ETF oder wenn ich es halt bis zum Ende der Laufzeit da drin lasse. Und dann muss man halt für sich selber gucken, mit welcher Variante fahre ich denn besser und fühlt man sich gleichzeitig auch noch wohl. Das ist so ein bisschen psychologisch für den einen oder anderen vielleicht schwierig. Es gibt ein gutes Buch dazu von Annie Duke, eine ehemalige Pokerspielerin, Quid heißt das, wo es im Endeffekt darum geht, wann hört man idealerweise auf. Das ist sehr, sehr gut, kann ich mal verlinken. Ich weiß nicht, was ist da deine Erfahrung so in dem Bereich? Du hast vollkommen recht. Wir telefonieren und haben häufigen Austausch mit Leuten oder bei Kongressen oder Vorträgen, wo ich mit Leuten spreche, die mir dann sagen, ja, ich habe halt noch die Hoffnung, dass es noch gut wird irgendwann, dass es irgendwann noch gut gehen wird. Und das ist halt diese Hoffnung, an der man sich entlanghangelt, dass wenn die Versicherungspolizei irgendwann im Jahr 2035 ausläuft, dass es bis dahin dann schon besser sein wird. Das Problem ist aber an der Stelle, irgendwann muss ich der Wahrheit ins Auge blicken und für meinen Dafürhalten, das ist jetzt wirklich nur meine persönliche Meinung, wenn ich im Fiat-Geld-Währungssystem versuche zu sparen und das tue ich, wenn ich, sobald ich in Bank- oder Versicherungsprodukte investiere, die im Geld sparen, bin ich natürlich auch immer von der jeweiligen Währung und der Inflation und allen Thematiken in gewisser Form abhängig. Und meine Tendenzen für die Zukunft sind nicht unbedingt sehr rosig diesbezüglich. Das heißt, ich glaube für mich einfach nicht, dass diese Geldversprechen und diese Geldvermögen in den nächsten 10 bis 15 Jahren dazu geeignet sind, wirklich Vermögen aufzubauen. Da gibt es, und da gibt es ja auf eurem Podcast genügend Experten, die dazu gesprochen haben auch schon, ganz viele andere Anlagemöglichkeiten, die sich auch schon über Jahrhunderte und Jahrtausende bewährt haben, die meiner Meinung nach erstens deutlich sicherer und zweitens auch deutlich, im Long-Term zumindest, deutlich renditeträchtiger sind. Aber wir Deutschen tendieren ja auch dazu, uns das immer weiter nach vorne zu schieben und von uns in irgendeiner Form abzuwälzen und diese Verantwortung nicht tragen zu müssen. Und da kann ich nur appellieren, egal ob man jetzt eine Lebensversicherung hat, über die man glücklich ist oder unglücklich ist oder ob es um andere finanzielle Entscheidungen geht, abwälzen und hoffen, dass es irgendwann besser wird. Das ist genau die falsche Einstellung. Man muss einfach wirklich die Füße in die Hand nehmen und auch seine finanziellen Möglichkeiten, sein Anlageportfolio wirklich selbst in die Hand nehmen, weil im Zweifel wird es niemand anderes für dich in der Form abbilden können, so wie du das gerne haben wollen würdest. Man muss sich immer dessen bewusst sein, dass wenn man jemanden zwischen sich und sein Geld lässt, dass dann da auch immer noch jemand mitverdient. Wenn man damit fein ist, ist das vollkommen okay. Wenn man sagt, nee, ich will das gerne in die eigenen Hände nehmen, dann muss man das in die eigenen Hände nehmen und dann muss man da halt aber auch aktiv sein und handlungsfähig sein, ja. Auf jeden Fall. Handlungsfähig sollte man auch bei allen Produkten sein. Wir haben jetzt schon zu Bausparer gesprochen, Renten- und Lebensversicherungen, die ja so ein bisschen in ein Bucket fallen, wie du eben erklärt hast. Riester-Rürup, das ist ja im Endeffekt eine Art Fördervariante, die häufig auf Renten- und Lebensversicherungen auch bezogen ist. Gibt es da Unterschiede oder ist es einfach nur das Gleiche mit einem anderen Namen? Nee, gibt es fundamentale Unterschiede tatsächlich. Also die Riester-Verträge, die wurden ja Anfang der 2000er Jahre eingeführt und wurde ja diesbezüglich eingeführt, weil uns ja Rentenpunkte genommen worden sind im gesetzlichen Rentenversicherungssystem und man dafür von Seiten der Politik gesagt hat, gut, wir nehmen euch da zwar Rentenpunkte in der Umrechnungsformel, aber ihr habt die Möglichkeit, in sogenannten Riester-Verträgen zu sparen und da bekommt ihr Förderungen, da gibt es eine Grundzulage, da gibt es Kinderzulagen, da gibt es teilweise auch so einen Starter-Bonus, wo man wirklich eine Förderung in diesen Riester-Vertrag vom Staat bekommt, brutto für netto und man hat auch noch bis zu einem gewissen Grad die Möglichkeit, die Beiträge, die man in solchen Riester-Verträgen einzahlt, übers Jahr hinweg steuerlich geltend zu machen. Das ist eine sehr gute Idee und da stehe ich auch zu 100% dahinter, die Ausführung war nur falsch, weil die Versicherungsprodukte, diese Förderungen, die da reingeflossen sind, natürlich sofort in ihre Kosten mit eingepreist haben, sodass die Kosten von solchen Riester-Verträgen nochmal exorbitant viel höher sind wie bei normalen Lebens- oder Rentenversicherungen und das ganz häufig dazu führt, dass die Förderungen, die sehr, sehr gut sind und die Idee, wie gesagt, da wiederhole ich mich, die ich zu 100% unterstütze, aber ab Absurdum führt, weil ich unterm Strich auch nicht wirklich weiterkomme und das ist mittlerweile so drastisch, dass ich glaube, nur noch zwei, ein oder zwei Versicherungsgesellschaften solche Riester-Verträge tatsächlich anbieten, weil es sich für keine der Parteien lohnt, also weder für den Kunden noch für die Versicherungsgesellschaft noch für sonst irgendwen und deswegen haben diese Riester-Verträge im Versicherungsmantel zumindest meiner Meinung nach ausgedient. Es gibt dann noch andere Riester-Verträge über Depots zum Beispiel, das ist nicht uninteressant, das kann tatsächlich eine Thematik sein für den einen oder anderen und der Herr Lindner ist ja auch gerade dran, das Thema nochmal zu revidieren beziehungsweise zu aktualisieren und möchte da ja auch so ein Vorsorgedepot haben, wo man auch bis zu 600 Euro Förderungen im Jahr bekommt und wo man dann die Versteuerung erst am Ende der Laufzeit vornehmen muss, damit der Zinseszinseffekt möglichst hoch ist. Also das sind diese Riester-Verträge und die Rürup-Verträge sind dann auch, die sind dann nochmal ein bisschen anders gestaltet, weil bei diesen Rürup-Verträgen kriege ich keine aktive Förderung vom Staat, da darf ich nur in Anführungszeichen einen Teil meiner Beiträge, die ich jährlich in diese Rürup-Versicherung einzahle, steuerlich geltend machen, aber, und das ist der große Unterschied, du versklavst dich unfassbar in solchen Rürup-Verträgen, weil im Gegensatz zu allen anderen Vertragsgattungen, die wir heute besprochen haben, kannst du Rürup-Verträge nicht mehr vorzeitig kündigen. Das heißt, egal was passiert über die Laufzeit von 10, 20, 30 Jahren, egal ob du Kohle brauchst, egal ob du eine Familie gründest und Geld benötigst, ob du eine super Anlagemöglichkeit hast oder sonst irgendwas, du kommst schlichtweg nicht an dein Kapital, du bekommst dein Kapital erst bei Auslauf der Versicherungspolize und dann auch nur verrentet mit einem gewissen Rentenfaktor, nicht verkapitalisiert. Und das sind im Endeffekt die beiden wesentlichen Unterschiede zu den Rürup-Verträgen im Vergleich zu den Rürup-Verträgen. Und ihr hilft aber auch bei Rürup-Verträgen oder ist das was Besonderes? Was Besonderes, wir helfen da auch, ja, das ist richtig, aber es ist dahingehend natürlich besonders, weil man darauf achten muss, lohnt sich das Ganze. Weil man muss ganz klar dazu sagen, wenn ich einen Rürup-Vertrag auflöse, dann will der Staat seine Zulagen zurückhaben, zumindest in Deutschland. In Österreich ist das was anderes, da darf man die Zulagen behalten, solange man den Vertrag mindestens 10 Jahre geführt hat. In Deutschland kannst du den Vertrag 30 Jahre führen, das ist vollkommen egal. Wenn du den Vertrag vorzeitig auflöst, will der Staat seine Förderungen zurückhaben. Und das Finanzamt im Zweifel auch die Steuer, die man sich gespart hat über die Laufzeit hinweg. Das heißt, man muss natürlich gucken, wie viel Förderung und Steuervorteil geht mir verloren, wenn ich jetzt den Vertrag auflöse, im Vergleich zu den Möglichkeiten, die ich jetzt besitze, wenn ich das Kapital anderweitig veranlage oder die Pro-Life auf diesen Vertrag loslasse. Das muss man sich wirklich im Detail anschauen. Da gibt es manchmal auch Konstellationen, wo es keinen Sinn macht, aus solchen Verträgen rauszugehen, obwohl sie nicht gut laufen, aber weil sie einfach wegen den Steuervorteilen und den Förderungen sich in irgendeiner Form ins Plus hangeln. Also das ist bei Riester-Verträgen die Situation. Bei Rürup-Verträgen gibt es ja gar nicht die Möglichkeit, vorzeitig aufzusteigen. Das heißt, da können wir auch nur sehr beschränkt helfen. Aber hier gibt es Möglichkeiten eben aufgrund von falschen Widerrufsbelehrungen, den Vertrag rückwirkend zu widerrufen, um den Vertrag dann so darstellen zu lassen, als ob der nie abgeschlossen worden wäre. Und wenn man eben aus so einem Rürup-Vertrag raus möchte, dann ist das die einzige Möglichkeit. Und eine solche Möglichkeit, inklusive Prüfung etc., die bieten wir dann tatsächlich doch an bei diesen Rürup-Verträgen. Spannend. Okay. Ja, ist ja gut zu wissen. Das heißt, man weiß, Bauchsparer kann man in der Regel selber machen. Rentenversicherung und Lebensversicherung gibt es im Endeffekt drei Varianten. Einmal, man kann es auf beitragsfreie Stellen und weiterlaufen lassen. Man kann es an die Versicherung zurückgeben. Oder man wendet sich zum Beispiel an euch und schaut, dass man da doch ein bisschen mehr als den Rückrufswert herausholt. Und ähnlich ist es dann bei Rürup, wo man sich einen Widerruf bei euch mal prüfen zumindest kann. Und Riester muss man halt mit der Lupe schauen, ob es sich für einen rechnet. Das hat sich für mich jetzt so angehört, als ob die Wahrscheinlichkeit nicht sehr groß ist. Nee, das muss man sich wirklich angucken. Bei Riester-Verträgen, da ist es ganz spannend. Da kriegen die meisten Riester-Verträge, die wir dann abwickeln tatsächlich, sind solche Verträge, die irgendwann mal bei der Bank over the counter verkauft worden sind. Da ist nie eine Zulage beantragt worden und da wurde auch nie ein Euro Beitrag von der Steuer abgesetzt, weil derjenige, der das Ding abgeschlossen bekommen hat, einfach nicht wusste, was er da im Portfolio nun hat. Das sind so richtige klassische Over-the-Counter-Verträge von der Bank, wo halt dann Riester-Wochen waren und diese Dinger verkauft werden mussten. Das sieht man dann wirklich. Und bei solchen Verträgen, wo es keine Förderung und keine Steuervorteile gab, da kann man natürlich angreifen. Das ist kein Thema. Interessant. Ja, wenn ihr angreifen sollt oder wenn man das mal mit euch durchsprechen möchte, dann findet man den Link natürlich in den Shownotes investor-stories.de slash pro-life und kann mal bei euch vorbeischauen. Genau, wie gesagt, der Link ist in den Shownotes. Haben wir alles Wichtige zu dem Thema, was man zumindest auf der ersten Ebene erstmal sprechen sollte? Oder würdest du sagen, wir haben noch was vergessen, was du jetzt erstmal nochmal allen mitgeben wollen würdest? Naja, grundsätzlich haben wir mal zumindest aus der Warte alles betrachtet, welche Möglichkeiten man hat, was man da so im Portfolio hat. Jetzt muss man, und das ist mein Appell immer, einfach mal gucken, was man denn so alles rumliegen hat. Und ich sage bewusst rumliegen, weil wir haben ganz viele Kunden, die sagen, ich wusste das gar nicht mehr, dass ich da mal was abgeschlossen habe. Das ist beitragsfrei. Das dümpelt halt so dahin. Aber dafür ist das Geld einfach zu schade, dass in diesen Verträgen dann da gefangen ist. Einfach mal gucken, was hat man, was braucht man auch überhaupt? Weil das muss ich an der Stelle auch sagen, wenn da irgendeine Risikoversicherung oder eine Unfallversicherung oder dergleichen mit inkludiert ist, die man unbedingt braucht, dann braucht man sich gar keine Gedanken machen, ob man den Vertrag auflöst oder nicht, weil man ist in solchen Kombiprodukten dann meistens gefangen und kommt dann im Zweifel gar nicht raus, weil man die Risikoabsicherung braucht. Aber wenn man dann auf dem Trichter ist zu sagen, gut, das macht jetzt vielleicht nicht mehr ganz so Sinn, die Rendite ist auch nicht ganz so toll und ich habe alternative Möglichkeiten, das Kapital zu veranlagen, dann kann man sich zum Beispiel an uns wenden, einfach mal eine Anfrage machen. Wir bewerten das Ganze immer unverbindlich und kostenlos. Das empfehle ich sowieso immer jedem, weil das kann jeder mal machen. Da passiert nichts. Da werden keine Kosten dafür fällig oder sonst irgendwas. Da kann jeder einfach mal auf uns zukommen. Perfekt, super. Dann vielen Dank für den Überblick. Euch wünsche ich, dass ihr möglichst wisst, was ihr denn rumliegen habt, denn eine gute Haushaltsfinanzführung ist immer sehr, sehr wichtig. Und genau, schaut mal genau auf die Konditionen, ob ihr denn überhaupt zufrieden seid mit dem, was ihr habt. Dir vielen Dank, Felix. War wieder eine gute, insidevolle Runde. Und ja, dann erstmal. Bis denn. Ciao, ciao. Danke für die Einladung. Bis bald. Ciao. Das war's auch schon wieder mit dieser Podcast-Folge. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören. Wenn dir der Podcast gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn du ihn mit einer Bewertung auf iTunes unterstützt. Außerdem möchte ich dich gerne dazu einladen, der Investor Stories Community auf Facebook beizutreten. Hier hast du einen Austausch mit gleichgesendten und professionellen Investoren, die selber ihren Weg in die Freiheit der Finanzen gegangen sind. Und von ihnen kannst du lernen oder auch selber andere Leute bereichern. Und zudem ist dort Feedback zum Podcast immer willkommen. Um ganz schnell dorthin zu gelangen, kannst du auch einfach Investor-Stories.de slash Community eingeben. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist. In diesem Sinne, alles Gute, dein Tipp.